Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Jacken. Das High-End-Produkt in unserem Jacke-Test geht an die HeliHansen Jack. HeliTec wird mit auf Polymer-Polyurethan basierenden Membranen und Beschichtungstechnologien hergestellt. Die PU-Membran verleiht dem Gewebe Weichheit und Dehnbarkeit, während die Beschichtung Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität ermöglicht. Die hydrophile Barriere arbeitet nach einem osmotischen Prinzip und verhindert, dass Salze in die Poren eindringen und diese verstopfen. Die mikroporösen PU-Membranen sind hydrophobe, wasserhassende Polymere. HeliTec ist eigentlich mehr als nur ein Gewebe, es ist eine Kombination aus einem DWR-behandelten Außenstoff, einer hochatmungsaktiven und wasserdichten Membran, vollständig abgedichteten Nähten und oft einem hochatmungsaktiven Innenstoff, Netz oder Futter. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Redbridge-Jacke. Diese Übergangsjacke eignet sich besonders für Frühling, Sommer, Herbst. Der Artikel kann gut mit vielen Stilen kombiniert werden. ZB mit einem Oversize Long Shirt oder einem cool bedruckten oder auch einem schlichten Basic T-Shirt. Dann noch eine lässige Jeans und ein paar Fesch-Sneaker und fertig ist das Outfit mit der Extraportion Style für den Club oder für die Freizeit für modebewusste Männer. Wie gewohnt ist das Material und die Verarbeitung hochwertig in Premium-Qualität. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Jacke-Test ist die Marmid-Jacke. Regenjacke für Herren zum 20-jährigen Jubiläum der meistverkafften Marmut-Regenjacke hat Marmut der Prezip ein umweltbewusstes und leistungsstarkes Upgrade gegönnt. Die leichte Pre-CIP Eco-Jacket. Das wasserdichte und atmungsaktive, PFC-freie Marmut-Nano-Pro-Obermaterial aus resützeltem Nylon hält länger als je zuvor, dank der fortschrittlichen Technologie der mikroporösen Beschichtung. Robuster und langlebiger als je zuvor ist die regendichte H-Cell-Jacke mit einem patentierten Dry-Touch-Finish ausgestattet, das sie zu deinem Lieblings-Allrounder an regnerischen Tagen machen wird. Abgerundet wird der Wind-Breaker durch eine aktualisierte Passform, eine verstaubare Kapuze, einen verstellbaren Saum und Wärme ableitende Unterarmbelüftungen. Der mit Reklaim gefütterte Kinnschutz leitet Feuchtigkeit ab und verhindert so Wundscheuern. Solltest du den Regenmantel mal nicht brauchen, lässt er sich platzsparend in seiner eigenen Tasche verstauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.